So, Barbasul, der kräftige Gaumenschmeichler aus Cadiz. Cadiz liegt in Andalusien und Andalusien ist bekannt für rassige Pferde, aber auch für rassige Weine. Der Wein reifte fünf Monate in französischer Eiche. Das ist jetzt für spanische Weine nicht extrem viel, aber er hat einfach eine tolle Frucht. So ein richtig schönes Gesamtpaket einfach. 50% des Weins ist Titia de Rota, wird auch Graziano genannt. 30% des Syrahs, 10% Cabernet Sauvignon und 10% Merlot. Also 50% Graziano. Graziano wird in der klassischen Rioja auch zum Verschnitt der Rioja-Weine benutzt und ist maßgeblich dafür verantwortlich für das Alterungsvermögen der Weine. Das heißt, wir haben hier einfach einen tollen Wein, der quasi auch Alterungspotenzial hat, aber das ist beim Barbasul eigentlich gar nicht angedacht, sondern Barbasul ist ein Wein, der jetzt gleich Spaß macht. Und Spaß macht der ohne Ende. Vor allem, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, das ist schon ein echter Kracher und nicht umsonst seit Jahren einer unserer absoluten Kundendieblinge. Und jetzt haben wir halt ein, zwei Paletten günstiger kaufen können und die geben wir jetzt für eine Woche an euch auch günstiger weiter, damit wir alle was dazu haben. Jetzt zu der Zeit macht der Wein auch Spaß. Jetzt trinken wir einfach ein bisschen mehr Rotwein. Jetzt kommen vielleicht ein paar Gäste nach Hause. Und mit dem Barbasul, da macht ihr auf jeden Fall eine gute Figur. Den kann man immer auf den Tisch stellen. Barbasul aus dem Cadiz. Meine Empfehlung für euch. wenn es nicht mehr ahí geht. Ich sehe, das ist nicht mehr.